Ich mache ein duales Studium in Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsprüfung. Wirtschaftsingenieurwesen. Wirtschaftsprüfung in BWL-Bank. Das duale Studium kombiniert das gesammelte Wissen aus der Theoriephase mit der praktischen Berufserfahrung hier bei Deloitte. Und genau dieser Wechsel sorgt für Abwechslung und hilft enorm beim Lernen. Ich unterstütze mein Team bei zahlreichen Projekten, zum Beispiel der Prüfung von IT-Systemen. Einer meiner Aufgaben ist das Erstellen von Templates. Dadurch versteht man von Anfang an bestimmte Prozesse oder Prüfungsschritte und das finde ich echt cool. Arbeiten und Lernen kosten natürlich Zeit. Dabei ist es hilfreich, dass ich mich mit meinen Kollegen austauschen und beispielsweise offene Fragen zu meiner Studienarbeit klären kann. Bei uns hilft jeder jedem, sodass man ständig etwas Neues dazu lernt und diese offene Zusammenarbeit ist wirklich cool. Begonnen hat für mich alles hier nebenan bei unserem Get Started Event. Wir suchen offene, engagierte und neugierige Mitarbeiter, die gerne Herausforderungen annehmen und sich weiterentwickeln wollen. Wenn du dazu gehörst und Lust auf die Arbeit in einem richtig coolen Team hast, dann bist du bei uns genau richtig.